Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelations. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Leuchtturm, zum Leuchtturm, zum Funkturm. Hat es mit einem neuen Gegner zu tun, auf dem ich ehrlich gesagt auch verzichten konnte. Aber nun ja... Leere Flasche. Ah. Ah. Aha. Aha, aha, aha. Dann kombinieren wir die doch mal. So, die übergeben wir da mal. Und das behalte ich dann einfach. Mit was kann ich das dann kombinieren? Achso, mit einer leeren Flasche kann man das kombinieren? Und dann hat man so eine explosive Flasche. Ah. Interessant. Mann, na endlich. Da ist auf jeden Fall der Leuchtturm, aber... Äh, der Funkturm meine ich. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Karte. Ach, hier haben wir einen Werkstatt drin. Stolmunition. Stolmunition. Verbandsmittel. Das geben wir auf jeden Fall mal rüber. Verbandsmittel, Stopp, Blutung und Haltwunden auch vom Partner benutzbar. Und tauschen wir mal gegen Barry aus. Schnellladefunktion, Schaden, Kapazität. Dann mache ich hier die Kapazität höher. Ich lau mal den Schaden. Und ach komm, ich will das laden auch. Upsa, war ich nicht. So. Magnum-Munition haben wir gar nicht. So, gut. Gehe ich jetzt als er oder als sie? Er hat immerhin die Brandflasche. Aber sie sieht Geheimnisse. Das ist doch viel interessanter, oder? Ja, ist es. Der Funkturm ist gleich da vorne. Ja, der Funkturm ist gleich da vorne. Bloß wahrscheinlich irgendwelche plötzlich auftauchenden Gegner. Ich nehme auf jeden Fall mal den Stein. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was rüberreicht. Okay, hier ist mir das noch zu ruhig. Riesiger Bereich, aber... im Grunde genommen sehr ruhig. Ach, da ist einer. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster kommt! Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell töten. So viel zu schnell töten, ne? Okay. Und heilen. Und auswechseln. Dahinter ist noch eins, okay. Nehmen wir auf jeden Fall Munition. Den Stein. Und keine offene Tür. Irgendwo am Bein ist es auf jeden Fall. Ach, das ist noch nicht mal der Raum. Ach, stimmt ja. Ich hab doch ne Karte. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster! Tja. Das hat funktioniert. Das ist nichts. Ich hab nicht eigentlich gehofft, dass dann hier noch irgendwie was drin ist. Und es sich deswegen lohnt. Aber war wohl doch nicht der Fall. Ach, jetzt sind wir hier hinter? Achso. Achso. Also wären wir im Grunde genommen um einen gar nicht drum herum gekommen. Stromzufuhr. Toll. Verdammt, wo ist die Stromquelle? Ja, wo ist die jetzt? Guck mal, dass auf der Karte angezeigt wird. Das geht ja nicht auf. Ganz dezent. Aber schön, dass er es trotzdem versucht. Wir müssen das Tor durchbrechen. Ja. Mit genau sowas hat ich gerechnet. Okay, irgendwo am Fuß. So, der erste ist... Ha! Genau das Richtige erwischt. Oh yeah, oh yeah. Ich werde immer besser mit denen. Oh nein, da hinten ist auch noch eins. So siehst du es. Das Monster kommt! Okay, am Bein. Nein, ich muss nachladen. Noch... Ist da noch irgendwo eins? Oh Gott, hab ich mich gerade erschreckt, weil es sich auflöst. So im ersten Augenblick nicht, ne? War da eben was? Ja. Aber ich hab wirklich geahnt, dass das hier noch aufgebrochen wird durch irgendwelche Gegner. Ah, da ist eins. Habt du keine Lust? Die Gegner sind irgendwie... Ja. Klar. Gegner haben eine Schwäche und so weiter. Am Kopf. Also am Hals. So. Das braucht definitiv zu viele Schüsse. So, wieder mitnehmen. Ist das sonst doch irgendwas? Ach guck mal, das kann ich denn kaputt machen. Das ist auch schon mal ganz gut. Ganz gut zu wissen. Ach. Einfach mal mitnehmen und mal kurz wechseln. Ja, das bleibt jetzt erstmal... Scheint ja erstmal nichts weiter zu sein. Mich beunruhigt aber dennoch die Musik. Oh, da ist noch was. Aber hier hoch kann ich nicht mehr, ne? Schade, schade, schade. Oh, diese Musik. Dabei ist hier einfach gar nichts. Hier dürfte rein theoretisch eigentlich auch nichts mehr sein. Und hier ist zum Glück auch nichts. Puh. Ach, da hinten ist eins. Da direkt dort bei der Tür. Sondern diesen Kasten da. Und da ist auch wieder eins. Geht's dir gut? Ja. Verleben aber trotzdem welche. Einfach weg hier. Einfach weg. Es war nie was passiert. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Oh, guck mal, wo wir sind. Oh, ja, aber wirklich. Ich wollte aber noch nicht tauschen. Ich wollte schließlich gucken, ob hier draußen noch was rumliegt. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Sind sie da oder sind sie es nicht? Ich tippe ja darauf, dass sie es nicht sind. Na ja, klar. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Das ist sie, meine Kleine. Hat es geklappt, Meurer? Nein, das Scheißteil muss kaputt sein. Okay, dann lass uns zur Wossek gehen. Scheiß Technik. Das kannst du laut sagen. Das wurde vor sechs Monaten aufgenommen. Mensch, Meurer. Deine Tochter heißt... Meurer? Ja. Warum? Hey, Kleine, geht's dir gut? Meurer. Sie ist tot. Nächstes Mal bei Revelations 2. Meurer wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei hier war. Du musst mich da hinbringen. Schaffst du das? Aber wir wurden mit etwas infiziert. Ich komme später nach. Ist das der Ort, die was sie ist? Hab keine Angst. Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sind runter von dieser Vergebnete. Wir sind runter von dieser Vergebnete.